So, hier sind wieder Palando und Millhauser für euch am Start. Wir versuchen Erangel zu clearen. Hallöchen! Hallo! Wuschinki ist das Ziel in der Hoffnung, dass da möglichst viele leicht zu tötende Gegner runtergehen. Ja. Und wir. Genau. Und nicht ein Vierer-Killer-SWAT. Ja, es wäre so schön, wenn es diesen Modus hier als Duo-Modus gäbe. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen ausgeklickt. Ja, das ist schade. Aber nun gut, wir müssen damit leben. Mal verliert man, Ball gewinnt die anderen. Aber wo wir jetzt zu zweit unterwegs waren, einen Chicken-Dinner hatten wir schon ein paar Tage nicht mehr, ne? Das stimmt. Schon ein bisschen her. Da sind auf jeden Fall einige, die hier runterkommen. Direkt in gerader Verlängerung in Richtung Ost von uns beiden war einer. Relativ nah. Ich brauche noch mal Füllen. Hier läuft wer. Alles bist du. Das ist gut. Korreche war nämlich schwer einzuschätzen. Jo, mach mich doch nicht fertig. Ich weiß nicht. Hier ist wer. Die Hausseite von mir. Ja, ich gucke. Wie sehr wäre nett. So, ich brauche auf alle Fälle noch Munition. Weil, das wird sonst eng. Jo, ich habe auch nicht viel. Ich habe 40 Schuss auf der AKM. Ich habe 17 noch. Okay, ich gehe mal auf die Vector als Zweidwaffe. Ich habe gerade die AUK gefunden und hier liegt noch ein bisschen Munition. Und deswegen nehme ich die jetzt. Die Richtung Leiden wird geschossen. Ich habe es noch markiert. Ja, ja, ja. Ich habe leider nach wie vor noch kein Magazin. Das ist zumindest so ein bisschen die Range-Geschichte erschwert. Ich habe es noch mal misiert. Das ist doch so genial. Aha. Schon etwas besser. Ich habe es noch richtig aufgeräumt. Ja. Ich komme jetzt sofort in die eine Richtung. Ich brauche alles an Aufsätzen für die Vector. Okay. Das warst du, ne? Oh, Schüsse von hinten irgendwo. Ja, da. Grob die Richtung. Ja, genau. Ich habe ihn gesehen. Ah, okay. Jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt wurde er von woanders geschossen. Ich habe ihn gedauert. Ich habe ihn gedauert. Ich gucke mal eben, ob der Aufsätze für die Vector hat. Ja. Natürlich nicht, aber die M4 hätte er. Ja, aber du hast die AUG, ne? Ich habe die AUG jetzt. Ich habe jetzt für dich ein Erweiterungsmagazin für die MP. Ja, das hilft schon extrem. So, habe ich das Ding. Oh, oh, oh. Das ist da in der Richtung wird geschossen, irgendwo. Mhm. Da hinten. Bombenzone bleibt drin. Ja, ja. Ich sehe es. Ich sehe auch die zwei Typen. Oh, der eine. Das war drin. Oh, das war aber bei dem Typen auch. Der eine läuft jetzt da in dieses Haus. Und der andere war irgendwo. Und der Typ steht. Oh, scheiße. Ich stehe jetzt Tage. Direkt an der Kante war er gerade. Oh, ist er immer noch? Ich bin da gerade gesehen. Den einen, da. Ja. Da habe ich einen doofen Winkel. Also, die da oben, hätte ich gesagt, sind echte Spieler. Das hätte ich auch gesagt. Okay. Jetzt kommt einer davor. Der war direkt tot. Okay. Da war aber, wie gesagt, noch ein zweiter. Es sei denn, der ist bei der ganzen Bombengeschichte gestorben. Die können nicht zusammen. Die können auf jeden Fall nicht zusammengehören. Oder der muss schon tot sein. Weil, danke schön. Weil, wie gesagt, der war sofort tot, der Typ. Ja, ja. Deswegen sage ich ja. Das kann sein, dass der andere in der Bombenzone ist. Warst du hier schon drin? Ja, da war ich gerade drin. Okay. So, ich brauche jetzt noch vorn und hinten für die Vektor. Ja. Sobald ich die Möglichkeit habe. Hinten habe ich jetzt noch Kompink. Komm hinter dir her. Also nicht wundern, wenn es jetzt noch Krach macht. An der Straßenseite ist noch gebogen, ne? Ja, jeder Menge. Ich würde mal versuchen, aus einer erhabenen Position in die Richtung zu gucken. Ich brauche auch mal irgendwas mit Range. Ach, und ich sehe gerade, ich habe noch nicht mal ein normales Visier. Das ist ja auch schön. Oh, da hättest du mal was sagen sollen. Na, ich glaube, ich habe schon mehrere liegen lassen. Ja, ja, sehe ich auch jetzt erst. Hier wäre ein Holo-Visier. Ja, kannst du es einpacken oder ist es? Ja, ich habe nur nichts noch weggelegt. Jetzt habe ich es hier. Ich lege es dir hier mal. Oh. Vorsicht. Auf dich. Hinten sehe ich ihn irgendwo. Warum hast du die Tür zu? Weil ich dachte, dass du hier jetzt das Holo-Visier reingelegt hast. So, hier, warte. Ich habe es hier hingelegt. Ich habe es hier gerade hingelegt. Ne, aber hier drin war direkt eins. Bin direkt über eins drüber gelaufen. Sechser? Ja, ne, nicht gerne. Habe ich eingepackt. Bis zum Beispiel. Warte mal, dass wir nicht mal in derselben Position hocken. Ja, ja, ich versetze mich ja auch gerade schon. Hinter uns Schalldämpfer. Ja. Irgendwo in die Richtung. Wollen wir in Richtung Schalldämpfer laufen oder in Richtung den Typen? Ja, ne. Da drüben, andere Straßenseite. Ja, ich sehe, da ganz hinten läuft. Da. Da läuft, ja. Und oben auf dem Dach ist einer. Da oben drauf. Der andere ist unten links. Hier vorne an der Ecke. Gucke sofort, ja. Oh, hier bei mir ist auch wer. Vor mir läuft auch einer. Hab einen getötet. Vor mir läuft noch wer. Ja, ja, sehen. Boah, halte. Ausgenockt. Ich werde beschossen aus Richtung... Ja, ja, ja. Wo ist der denn aus Richtung Nordwesten? Ein hab ich erwischt. Aber nur genockt. Also quasi nur Schaden drauf gemacht. Ich hab einen ausgenockt hier vorne. Ja, den sehe ich. Da versucht gerade sein Mate, glaube ich, angelaufen zu kommen. Da, wo ich den Marker gesetzt habe. Vorsicht, der läuft jetzt an den... Ja, ich geh nicht. Ah, okay. Alter, Alter. Okay, der war gut. Oh, fuck. Hier kamen drei Leute um die Ecke. Oh. Vor mir einer. Einer hinter mir rechts. Ja, ja. Oh, noch drei Lebende. Ich hab nur einen gefinished von denen. Boah. Schade, schade, schade. Vierer Team. Wieder ein Vierer Team, ey. Oh. Aber trotzdem eine schöne Runde. Trotzdem Spaß gemacht, finde ich. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zugucken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und gerne ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.